Hallo und herzlich willkommen bei Kreativ und Verspielt. Neben mir seht ihr den? Benni und an meiner Seite seht ihr die? Nicke. Guckt mal, ich habe sechs Zettel an der Zahl in der Hand. Benni wird euch kurz erklären, was wir tun werden. Nicke hat sechs Zettel in der Hand und da stehen jeweils Plattformen drauf. So was wie PC, Playstation, Xbox. Sega habe ich noch dazu genommen. Sega, Nintendo ist noch dabei. Und dann habe ich sogar noch Handy dazu genommen. Handy sogar noch, Wahnsinn. Ja, das zählt ja heute alles dazu. Da rege ich gerade, was ich da machen müsste. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Also, denn es geht darum, wir wollen wieder malen und wir haben uns ein kleines Spielchen überlegt. Also wir ziehen jetzt eine von den Karten und dann malt jede eine Figur dazu. Zum Beispiel, wenn man jetzt Xbox zieht, irgendeine Figur aus dem Xbox-Universum. Ob es eine von Gears of War ist oder jemand anderes von der Xbox. Dieser Moment, wenn man echt nur einen, was von der Xbox kennt. Master Cheeks natürlich ist easy. Ich überlege, wenn noch so Signature-Figuren sind. Ja, eigentlich kann man auch so einen Minecraft-Fritz kaufen, weil Microsoft hat auch Minecraft gekauft. Ach so, ja. Ja, also wir malen dann beide gleichzeitig und müssen dann praktisch gegenseitig erraten. Ja, und wenn die Nicke zum Beispiel was gemalt hat, muss ich es erraten. Und wenn ich es errate, kriegt sie aber den Punkt. Also muss, damit man sich auch anstrengt beim Malen. Genau, weil ansonsten können wir einfach nur einen Kreis malen. Genau, sonst können wir besonders hässlich malen. Pac-Man. Ich weiß nicht, auf welcher Plattform Pac-Man ist das? Game Boy. Game Boy auch stimmt. Also Nintendo. Ja, aber das ist, ja stimmt, auf der Switch gibt es auch Pac-Man. Okay, dann legen wir auch los. Soll ich die erste Karte ziehen, weil du sie so schön hingehalten hast? Dann zieh erst mal, ich musste die selbst beschriften, weil unser Drucker nicht druckt. Kurze Frage zu einem Drucker. Wenn euer Drucker nur partiziell, also der druckt nicht alles. Der druckt einfach keinen Text, aber der druckt Bilder und zu. Ich weiß nicht warum. Kennt ihr das Problem vielleicht? Egal, Bilder druckt er, dann hätten sie auch Bilder getan. Ja, stimmt. Ich nehme einfach die hier, die Necke hat sich schön beschriftet mit ihrem tollen Stift und gedingst, das ist ziemlich lang. Guck mal, ich höre das mal so hin. Das Ohr gefällt mir besonders gut. Ich habe wohl gesehen. Also es ist Nintendo, wird unsere erste Plattform sein. Ja, genau. Gut, Nintendo, ich habe schon eine Idee, aber die ist mir irgendwie zu einfach. Deshalb überlege ich eine andere. Das ist doch nicht der Mario. Ja, Mario ist irgendwie doof, wenn man das immer auf den Hut macht. Okay, los geht's. Ja. Hm, Nintendo hat halt so viel. Müssen wir den Charakter erraten oder das Spiel? Ich weiß die offensichtlichen Sachen. Ich habe zwar was im Kopf, aber Nintendo hat so viele Eigenmarken. Aber die beiden, die mir einfallen, die sind so müde. Ich muss den Charakter. Du musst schattieren. Ich habe viele Schuhen und ich bin fertig. Oh Mann. Ich ärgere mich nur, dass ich nicht noch mehr das eine weiß hier. Ich habe ein voll einfaches, darf ich das mal? Ja, ich weiß nicht. Eigentlich bin ich jetzt fertig und dann kriegst du vielleicht gar keinen Punkt. Ach so. Wir hätten so ein Zeitlimit. Beim nächsten Mal müssen wir so ein Zeitlimit machen. Ich bin wirklich noch fertig. Ich bin fertig. Okay, soll ich meiner erst zeigen, weil ich schon länger gemalt habe? So, hier ist meiner. Ich wusste leider nicht mehr genau. Wer ist das? Das ist Zelda. Ne, das Link. Das ist Spiel Zelda. Ja, das Link. Ich wusste nicht mehr, wie das Master Schwert aussieht. Ich weiß, es hat einen blauen Griff. Ich weiß nicht genau, ob das Triforce auf dem Master Schwert ist. Es hat aber hier auf jeden Fall wie so, nicht Flügelchen, aber so Einkerbungen. Und dieses komische Schild da mit dem Hyrule-Zeichen drauf oder so. Das habe ich auch nicht mehr. Ne, ich habe auch überlegt, ob ich Link male. Aber ich war dann... Aber die Mütze. Link hat die Mütze eigentlich schon. Ich hatte... Ich sage gleich mal eins. Das ist ein Ditto. Ja, genau. Das ist ein Pokémon. Das zählt schon. Ich schreibe es drunter. Wieso, es gehört doch zu Nintendo. Ja, okay. Sollten wir Hauptcharaktere malen? Ich weiß nicht. Link ist halt so ein Charakter. Ja, aber das ist Ditto. Okay, Ditto kann alles sein. Okay. Ja, ich wollte... Ich hatte auch Link im Kopf und dann... Mario war... Prinzessin Zelda. Ich hätte einfach nur ein Kleid an. Ich wollte auch... Oder Prinzessin Peach. Ja, Peach. Jetzt habe ich einen Ditto. Waluigi. 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 Gut. So. Nochmal, oder? Ja. Es steht eins zu eins. Ja. Nachdem du eigentlich noch gar nichts gemalt hattest. Das ist verschwenderisch. Vielleicht sollten wir zwei auf eins malen. Das Kopierpapier ist nicht teuer. Okay. So, jetzt musst du mir halten. Achso, jetzt halte ich, ja. Das hier ist ein Rad dran. Seehüt. Ich mache so die nichts mit Dings. Seehüt. Xbox, da kenne ich mich ja total aus. Mal gucken, was sie malen wird. Ja, ich bin echt gespannt. Ja, Markus, Phoenix könnte ich gar nicht malen, gell? Du kannst nichts malen, was ich erraten könnte, außer ein Master Chief. Dann ist es die Wahl, Unifal. Du kannst vielleicht noch was von Ältere Scrolls malen, oder so. Das Interessante ist, die Sachen aus dem Kopf zu malen. Dann merkt man, dann fehlen einem die Destiles. Da fehlen einem ins Detail. Gut. Also. Wir können es probieren. Haben wir ein Zeitlimit? Ja, ich habe jetzt keine richtige Uhr. Also schon, aber die hatten aber... Wenn die Uhr den hellen Streich zeigt. So. Xbox. Gut. Machen wir los, oder? Ja. Soll ich noch warten, kurz? Du musst halt mal mehr Xbox spielen. Du willst dir coole Sachen machen. Was kann man nehmen, was unter Xbox zählt? Eigentlich alles. Sunset Overdrive hast du ja auch nicht gespielt. Nee, das ist auf der Xbox gewesen. Ja. Aber das ist von Insomniac. Du liebst doch Insomniac. Ja, aber es ist auf der Xbox. Xbox. Hitman gibt es überall, oder? Geht es jetzt nur um Exklusivtitel oder nur... So charakteristische Sachen halt. Kann ich ja einen Kühlschrank mal. Mal irgendwas, was man auf der Xbox spielt. Was ich gespielt habe. Was du gespielt hast? Von mir aus. Der malt selber wie ich. Gut. Los geht's. Oh Gott. Ich kann den Moment jetzt hinmalen. Oh Gott ey, warum hab ich das so endlich gemalt? Ja, so ist es schon. Ich hab mir den Visier angefangen und jetzt irgendwie Kacke gemacht. Also, der Master Chief kann's ja nicht sein. Oder soll das wirklich sein? Sieht er aus wie ein Affenmann. Ja doch, sein Schwert und sein Gewehr. Wo die Munition oben steht. Also, den erkennt man auch ziemlich gut. Ich hab das hier gemalt, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Das ist ein Minecraft-Mann. Dave oder so heißt der doch. Ja, das ist der Master Chief. Sieht man doch. Hast du ja gesagt. Ja, ich hab gesagt Master Chief, aber er sieht halt auch aus wie ein Affen. Ja, ich hab seinen, keine Ahnung... Ich hab erst gesagt, ein Astronaut wegen dem hier. Ja, ich hab noch schnell das Schild hingemalt. Ich weiß auch nicht, warum ich den Helm so komisch gemalt hab. Krieg ich den nicht noch aus dem Kopf? So. So. Ja, okay. Da hab ich den Helm besiegt. Das ist gar nicht so einfach auf dem Gehirn. Wenn ich ein Bild jetzt gehabt hätte, dann hätte er die haben wollen können. Aber so ist es komisch. Ich hab den Helm aber beim ersten Mal startet. Klingt aber auch, man hat das so im Kopf und man kriegt es nicht zu... Ja gut, beim Link hab ich es ganz gut hingekriegt, glaub ich noch. Hat er kurze Hosen an? Ich glaub, Link hat kurze Hosen an. Jetzt muss ich langsam mal... Gut. Eins noch. Dann ist aber das Schluss. Okay, jetzt muss ich mich auch langsam mal anstrengen. Eigentlich kann ich recht gut mal ein. Okay. Oh, mein Ziel ist immer nicht, wenn ich die Videos drehen. Was haben wir an zu geben? Oh. Du, du, du. P.S. Autos. P.S., was malen wir? Das ist jetzt so was, da könnte ich die ganze Zeit malen. Oh Gott. Kann ich nochmal anfangen? Nein. Hey, was machst du? Nicht abschielen. Was? Ich habe gesehen, wie du nach oben geguckt hast. Ich habe gesehen, wie du nach oben geguckt hast. Bei mir ist abtrakte Kunst. aus dem kopf ist schwierig vor allem ich hab's doch an ach so ich hab da oben hingeguckt aber ich hab nur schon mal nach die noch angeguckt ja das ist wretched wenn das klenk und das ist der omnischlüssel der sieht doch irgendwie so aus ich wusste dass man genau wie der omnischlüssel auszieht das ist lacher kraft die pistole sieht doch die lippen und die spitzen brüste das ist eindeutig die ps1 lörer gut es steht drei zu drei also müssen wir eine große revanche machen aber mit regeln irgendwie verschärfen wir haben ja noch drei sachen übrig noch drei übrig aber das sind die das sind die das ist sega handy und computer ist übrig der hatte doch so große schuhe oder er hatte denn jetzt so komische düsenschuhe ja hat er aber die größten schuhe hat immer noch hier kingdom hearts die figur ach so ja man erkennt dass es richtig ja und er hat die bombe ja vor allem neun der macht dann die 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 kit so bei ihm und dann wackelt das ding könnte ein bisschen eckiger sein noch gut ja das große battle der games der konsolen im stil eines zeichners diesmal hast du so aufgedrückt ich hab gar nicht so schlimm aufgedrückt guck ja ich hab auch ein cooli aufgedrückt ja ja ausreden 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 wir haben diverse bilder gemacht wir haben es erraten es war vielleicht ich weiß nicht wie man die regeln noch irgendwie machen könnte damit es spannender wird doch da eins erraten muss und dafür einen punkt krieg und umgekehrt ich weiß nicht das war witzig speedmarkling und ein zeitlimit brauchen wir vielleicht so eine minute oder so zack muss man richtig kritzen ja gut das werden wir dann beim nächsten mal wir haben noch genau drei Dinge übrig ja wir haben noch genau drei übrig perfekt für verschärfte regeln genau und den siegel weil es ist wichtig dass jemand gewinnt auf jeden fall ja was willst du also vielen dank dass ihr dabei wart macht das auch mal mit mit euren freunden oder kindern oder so kinder können das bestimmt auch gut vor allem die können das garantiert viel besser ja die haben das noch besser in der fantasie drin wahrscheinlich weil bei mir also wenn ich meinen schäbigen masterchief sehe bin ich wirklich enttäuscht von dem der sieht wirklich erbärmlich aus ich kann den nochmal kurz präsentieren also der das ist der ja ich weiß nicht was ich mir dabei gedacht habe das ist eine frechheit der da unten ist schon besser dieses schild an dem helm das ist doch eigentlich ich weiß auch nicht warum ich da so einen großen kreis ich hab gedacht ich fang mit dem visier an und mach da einen riesen kreis drum und dann sah der so komisch aus wie diese figuren von wie heißen die denn hier dieses spiel da die alle so runde köpfe haben among us ach so wie so ein klotz von dem morgen hast und warum ich die muskeln gemalt habe weiß ich auch nicht die superhelden haben ich glaub beim masterchief erkennt man das gar nicht in der rüssel ja der hat so einen Teil der anderen ja wir werden natürlich diese bilderichtlichen auch aufheben die kommen in die galerie am besten finde ich ist mir noch der link gelogen also ich finde ja die tut es mir äußerst gut gelogen die Lara ist dir gut gelogen so ansonsten bleibt gesund kreativ und viel spielt tschüss 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 tschüss